Und da sind wir auch wieder, bei der nächsten Folge. Konnte ich ja gerade noch so den Timer starten, so schnell wieder... Ja, mega krass, ne? Ja, ja, ich darf die Pausen nicht zu lange machen. Also... Du darfst sie nicht zu kurz machen. Nein, ich darf die nicht zu lange machen, weil ansonsten stimmt das mit der... Mit unseren Stimmen und dem Spiel nicht mehr überein. Das ist mir bei Slender passiert, dann war es am Ende so ein bisschen versetzt. Dann habe ich auf einmal geschrien über eine Sache, die erst eine Sekunde später passiert ist. Nein, du brennendes Ding. Loy, von wo bin ich denn jetzt gestorben, bitte? Äh, Fabi, könntest du mich kurz retten? Hier ist irgendwie nichts. Doch, da. Danke. Loy, da ist ja jemand. Danke. Ich habe mich auch nochmal getötet. So. Komm her, Goliath. So, da ist ja noch ein Goliath. Das wimmelt ja hier von Goliath. Wo ist David? Tja. Der Kleine, der bin ich, praktisch. Bam. Ein Schuss, das Schild dann und der Rest kommt sofort. Ich brauche dringend wieder Shotgun, Muni. Gib mir Shotgun, Muni. Danke. Noch mehr Shotgun, Muni. Richtig scheiße, hier mit Feuerwaffen rumzurennen. Ich habe nur Feuerwaffen. Da hatte ich kurz einen Lag. Okay, wie manche Schüsse überhaupt keinen Schaden machen. Ja, du darfst keine Feuerwaffe haben. Nein, ich meinte, wird nicht akzeptiert irgendwie. Jetzt habe ich schon wieder noch 14 Schuss für, äh, 17 Schuss für meine Schotty. Gut, 14 Dollar machen das wieder gut, finde ich. Bam. Verpiss dich. Niemals. Ich werde dich messern. Einfach, weil ich es kann. Au, au. Tschüss. Komm, Shotgun, Muni. Danke. Zu freundlich. Ich lasse Fabi da mal so ein bisschen kämpfen, während ich mich hier entspanne. Was natürlich auch einfach nur deswegen ist, weil ich es kann. Oh, Fabi stirbt. Ich komme mal zu ihm, falls er es nicht schafft. Schaffst du es? Hoffe schon. Ja, er schafft es. Dann kümmere ich mich mir mal um diesen Beutemörder. Ja. Ja, das frage ich mich auch. Oh. Habe ich sie mal von unten weggeschnetzelt? Sie haben hier hier schon wieder die Kills klaut. Ich helfe dir. Ich sehe das doch nicht immer so negativ. Schau, schon wieder der Nächste geklaut. Ach so, du bist tot. Sag mir das doch. Ja, das sieht man vielleicht überhaupt nicht, ne? Nur immer so. Na, das sieht man überhaupt nicht. Ist nur nicht irgendwie so ein ganz großes Symbol oder so. Das ist viel zu klein. Ich kriege das überhaupt nicht mit. Ja, da gucke ich ja nicht hin. Der Name. Das ist viel zu unwichtig. Ja, Shotgun, Muni. Sehr gut. Oh, Shotgun, Muni. So viel Shotgun, Muni. Na klar, was kriegt man in diesem Gebiet? Feuerschaden, denk. Warte, ich hole ihn mir. Jetzt erwisch ihn auch wenigstens. Ich habe ihn zweimal erwischt. So. Munition für mich. Wird sowieso geteilt, ne? Ja, ja. Aber ich brauche Munition. Für meine Schotty. Weil die verballert richtig übel viel. Ja, dann zieh besser. Nein, das hat nichts mit dem Ziel zu tun, sondern dass ich einfach für jeden zwei Schuss brauche. Und ne Shotgun leider nicht so viel. Oh, Waffenkiste hier oben. Hat. 30, 40, 42, 39. Alles Kackwaffen. Alter, wie kommst du da hoch? Man nennt es Leiter. Und der Weg. Äh, hänge. Die will ich. Jetzt, jetzt darfst du dir eine aussuchen, falls du es mal schaffst. Fabi, ist so doof, ne Leiter hochzuklettern? Warte, wir gucken, wir gucken uns das mal an. Wie er fehlt. Ach, jetzt schafft er es natürlich. Ja. Jetzt schafft er es. Ja, klar, unter Druck schaffe ich alle. Achso, achso, okay. Heißt er? Sind alle schlechter als meine. Ja, sind sie auch. Zum Verkaufen. Tschüss. Ich hab... Ja, eben. LOL. Ja, du Homo. Jetzt wurde ich aber nur geslackt. Ja, und? Achso, okay. Wollte ich ja nicht töten, Ingele. Ja, ja. Hier ist noch ne Waffenkiste oben. Schnappt er sich natürlich. Ja, tu ich auch. Ja, die sind schlecht, beide Waffen. Geben 60 Dollar. Oh, lol. Sag mir, der rennt gerade irgendwie ganz falsch. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Ah, ich bin gleich Level 12, sehr schön. Bam. Erstmal direkt gegen den Balken gesprungen. So ist das. Ja, es müssen sich nicht immer beide wo drauf stürzen. Alter, er haut gleich nochmal drauf, na? Ich hab als erster drauf gehauen. Meine Redium. Ich hab's auch gekriegt. Ich guck mal, was hier oben ist. Irgendwie geht hier ein Gang lang, aber... Ich weiß nicht, was er bringt. Achso. Noch ne Waffenkiste. Wie geil. Mit ner Schrotflinte. Die aber nicht mehr Schaden macht als meine. Und eine auch schlechte Waffe. Na gut, kann man alles verkaufen. Schneller, schneller. Ach, diese Borderlands Musik ist so beruhigend. Wenn man sich die mal anhört. Sind das Spinnen? Geil, da sind ja Spinnen. Tschüss. Wo kommt man denn hier? Äh, ja. Eh, du ekliges Viech. Alter, was ist denn hier? Was geht denn da ab? Komm, wir machen einen Stechkampf. Bam. Na komm, gib mir die Muni. Gib mir die Muni. Sehr schön. Muni und Geld. Da ist nichts drin. Wie geil. Weitere Munition. Geld. Munition. Na komm. Der Flammeister. Das war die Stelle, wo ich den Cut, wo die erste Folge geendet ist. Da wohnt der Flammeister. Wollte ich nur mal gesagt haben. So, den gönne ich mir mal eben hier den Goliath. Ich hasse die Flammen dann, Pyros. Ja, die sind schon ziemlich nervig. Jetzt hat er mir mal ein Schild runtergeholt. Höchst abbruchlich. Wieder schnappst du den Tod. So, tschüss. Dein Tod steht bevor. Dein Tod steht bevor. Höchst gruselig. Na, wenn du Leben brauchst, dann warte, bevor du einen killst. Dann face lock ich ihn, ne? Und Ende. Schon wieder Ende. Alles klar. Ja, aber lass es noch zu Ende laufen. Ja. Wir bleiben einfach mal hier stehen. Gut. Also würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Schöne dö.